Die Fahrt nach oben wird es kontinuierlich steiler. Bei Erreichen der oberen Station über 7 Meter langes Bratseil miteinander verbunden. Es wird von der Fördermaschine in der Bergstation bewegt. Die weist einen Durchmesser von 4 Metern. Auch auf dem Dach der Bergstation erwartet Sie Interessantes. In luftiger Höhe erleben Sie einen einmaligen Panoramablick über die Seite des Gebäudes, bringen wir Sie ganz bequem nach oben. Auf dem Weg nach unten finden Sie auf dem Weg nach unten in der Regelung und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020